Oh scheiße. So meine Freunde, heute geht es um fünf Gründe, warum du kein OSB-Material für deine Werkstatt verwenden solltest. Das könnte ich natürlich schon anfangen und sagen, das ist der erste Grund. Hier ein richtig großer, fetter Splitter. Den konnte ich natürlich noch entfernen, aber es gibt natürlich Splitter, die um einiges kleiner sind. Dann brauchst du eine Pinzette. Ich ziehe mir mal jetzt hier schnell Handschuhe an. Also, OSB. Ja, mein geliebtes OSB. Und ich habe nach meinem letzten Video, da ging es um das Thema Altholz, habe ich mir gedacht, komm, gehen wir mal das Thema OSB an. Ich möchte es auch nur ganz, ganz grob anschneiden, euch mal eine Erfahrung dazu sagen, warum, weshalb ich das nicht in meiner Werkstatt verwende und warum ich dir das auch nicht raten kann. Es ist trotz alledem kein schlechtes Material. Ich sage jetzt mal so Baumaterial für den Hausbau. Aber meiner Meinung nach hat das in der Werkstatt nicht zu suchen. Und wer meine Werkstatt kennt, der weiß, dass auch hier wirklich kein OSB verbaut worden ist. Bis auf einen Plattenwagen, den ich mal vor Jahren zusammengebaut habe. Und da kommt es wirklich nicht darauf an. Das OSB, das hält heute noch. Es ist egal, ob sich das durchbiegt oder, oder, oder. Das ist einfach nur funktionell und war ein schnelles und günstiges Material, was ich damals schnell für einen Plattenwagen verarbeitet habe. Aber das ist auch das einzige Projekt, was ich mit OSB umgesetzt habe, wenn ich mich jetzt richtig daran erinnere. So, meine Damen und Herren, ich habe mir jetzt zwei Streifen besorgt. Ich bin jetzt extra für euch in den Baumarkt gefahren und habe mir 20 mal ein Meter zwei Stücke zuschneiden lassen. Einmal in, ich glaube, das sind 22 Millimeter OSB und einmal hier 12. So, das Erste, was uns gerade aufgefallen ist, natürlich, es ist scharfkantig, es ist sehr splitterreich, es tut weh. Es gibt natürlich auch andere Plattenmaterialien, wie beispielsweise Siebdruck. Möchte ich gar nicht sagen. Wenn man das zugeschnitten sich holt und einmal langfährt mit der Hand, dann hat man sich auch die Hand aufgeschnitten. Das Erste, was mir sofort auffällt, ist, dass Material sehr, sehr grobporig ist. Also, ihr könnt hier schon die Holzfasern sehen, beziehungsweise das zerschredderte Holz, was einfach zusammengepresst worden ist. Und dementsprechend ist auch die Stabilität. Hier 12 Millimeter, die kann ich schon locker mit der Hand durchdrücken. Und ich habe euch mal hier jetzt eine Sperrholzplatte mitgebracht, auch von 22 Millimeter. Die Dichte ist um wesentlich höher als bei einer USB-Platte. Und das kann man auch ganz leicht erkennen, wenn wir jetzt hier beispielsweise mal schnell zwei Klötzer drunter legen und das Ganze mal biegen. Also, ihr hört es schon, dass das Material nachgibt, dass die Verleimung, das hört man schon, dass das Material dann knack macht. Oder es würde jetzt nicht viel fehlen und dann kann man das Ganze auch durchbrechen. So, also ihr könnt hier wunderbar sehen, dass wir wirklich ganz, ganz viel geschreddertes Holz haben, was einfach zusammengeklebt worden ist. Und deswegen lässt die Stabilität einfach ganz, ganz schnell nach. Oder das Holz, das verformt sich ganz schnell. Das heißt, wenn ihr große Flächen damit abdecken wollt, lässt sich das nicht vermeiden, dass sich das Holz durchbiegt. Und entgegenüber zu der Spanplatte hier, die ist schon ein bisschen stabiler, da hört man auch nichts gleich. Und hier habe ich nochmal für euch mitgebracht ein bisschen beispielsweise Multiplex. Und da ist es schon wieder ganz anders. Das ist schon, ja, da bewegt sich fast gar nichts. Aber das Ganze ist natürlich nichts Neues für euch. Jeder, der ein bisschen gewerkelt hat, der weiß, dass USB natürlich eine sehr, sehr geringe Formstabilität hat. Und das ist aber für mich ein Grund, definitiv ein Grund, dass ich das Ganze nicht für meine Werkstatt verwende. Denn wenn ich jetzt beispielsweise mir eine Werkbank baue oder mir Schubkästen daraus baue oder, 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 dass mit der Zeit irgendwann das Material anfängt, sich zu verformen. Und da kommen natürlich auch die Probleme. Wenn wir mal meine Werkstatt ganz grob betrachten, da seht ihr jetzt hier eine große multifunktionale Werkbank. Die Werkoberfläche, also die Werkplatte, besteht aus ungefähr 80 Millimeter Leimholzbuche. Genauso wie bei meiner Kapp- und Gärungsstation. Der Korpus ist aus Leimholz gefertigt und die Schubkästen sind aus Siebdruck bzw. aus Sperrholz. Das gleiche spiegelt sich auch wieder bei meiner French-Klid-Wand. Ich habe dort eine Rahmenkonstruktion aus Vollholzfichte gefertigt und die French-Klid-Leisten sind auch aus Siebdruck gefertigt. Nicht aus USB, das Ganze arbeitet nicht zu sehr und es sieht auch, ich finde, den Look mag ich nicht so wirklich. Kanten hatte ich ja schon angesprochen gehabt, viele, viele Splitterbildungen. Das heißt, jedes Mal musst du die Handschuhe anziehen, wenn du das Ganze bearbeitest. Das ist, wenn ich damit an eine Tischkreissäge gehe, natürlich sehr, sehr gefährlich. Meistens sollte man an eine Tischkreissäge oder man sollte absolut keine Handschuhe tragen. Und wenn ich dann jetzt diese USB-Platte dort bearbeite, werde ich mir wahrscheinlich viele, viele Splitter reinhauen. Viele Splitter, die ich gar nicht sehe. Sprich, es fängt an zu eitern irgendwann, es tut weh und so weiter und so fort. Das möchte ich natürlich nicht haben, also da versau ich mir die ganze Arbeit oder das ganze Werkeln damit. Und dann ist es so, die Oberfläche, die ist sehr, sehr grobporig, wie ihr hier sehen könnt. Sprich, ich weiß gar nicht, ob das so gut rüberkommt, aber wir haben hier überall kleine Löcher, Unebenheiten. Also an sich ist die Platte sehr, sehr glatt, weil es halt gepresst ist. Aber ich habe überall kleine Unebenheiten. Und man könnte natürlich jetzt beigehen und ein Füller auftragen und das Ganze dann beispielsweise lackieren. Macht aber wenig Sinn. Die Platte, ich weiß nicht, was die Platte jetzt kostet im Einkauf. Wie gesagt, ich habe jetzt für die kleinen Stücke, ich glaube, 5 oder 6 Euro bezahlt. So eine Platte damals, ich sage jetzt mal 10 Euro. Und wenn ich jetzt dementsprechend viel, viel Lack auftragen muss, um die Platte schön dicht zu bekommen, beziehungsweise jetzt nicht mehr offenporig, sondern dass die ganzen Poren, wenn ich das immer so sagen darf, Poren, geschlossen sind. Ja, dementsprechend habe ich dann auch viel Geld wieder in die Hand genommen, um eine tolle Oberfläche zu kriegen. Das heißt, Möbel daraus bauen, Werkstattmöbel vor allem, das ist viel zu teuer am Ende. Und dasselbe Spiel ist natürlich bei den Kanten genauso. Wir haben natürlich hier bei einer Spanplatte ist das ein bisschen offenporiger, beziehungsweise ein bisschen geschlossener und bei einer USB-Platte ein bisschen gröber oder größer. Und wenn ich jetzt die Kanten hier versiegeln will, das macht gar keinen Sinn. Auch in Anlage jetzt anzubringen, macht keinen Sinn, weil ich dementsprechend hier am Ende viel, viel Material an Lack aufbringen muss. Also dann kann ich mir ja gleich eine Multiplex-Platte kaufen. Die grundiere ich einmal, lackiere ich einmal und dann fertig. Also das ist dann viel, viel einfacher, als so eine USB-Platte zu versiegeln oder zu lackieren. Wippen wir uns mal ein bisschen das Thema Kantenbearbeitung bei USB. Aufgrund der Grupporigkeit, möchte ich mal sagen, ist das sehr, sehr schwierig, hier die Kante vernünftig zu bearbeiten. Vor allem, dass wir uns dann später, warum bearbeite ich eine Kante, warum phase ich da vielleicht eine Phase ran oder fräse eine Rundung ran, damit ich mich nicht verletze, damit sich das Ganze schön anfassen lässt. Und das ist hier nicht der Fall. Also wenn ich jetzt hier eine Phase ranfräse, dann ist die Verletzungsgefahr noch ziemlich groß oder dass später irgendwie Splitter sich wieder aufstellen. Und hier könnt ihr das nochmal sehen, auch wenn ich das Ganze phase, es ist noch sehr, sehr grob. Ich kann das zwar jetzt schleifen, aber die Gefahr ist ziemlich groß, dass ich mir auch später hier einen Splitter zufügen werde. Profilanfräsung ist hier natürlich überhaupt nicht möglich. Das macht gar keinen Sinn. Also Kantenbearbeitung ist natürlich hier grottenschlecht. Und hier seht ihr auch nochmal den Vergleich gegenüber Multiplex. Ich brauche das Ganze jetzt noch einmal Zwischenschleifen, einmal Grundieren, einmal Endlack auftragen. Und da habe ich wirklich eine perfekte Oberfläche gegenüber zu USB. Da muss ich wirklich öfter einen Füller auftragen und dann irgendwann den Endlack mal aufzutragen, dass ich eine richtig tolle, glatte Oberfläche habe. Vergleichbar zu USB und vergleichbar zu Multiplex. Und am Ende habe ich, wie gesagt, viel, viel mehr investiert, um so eine gleichwertige Oberfläche zu erzielen. Am Ende steckt dann auch immer USB hinter, anstatt Multiplex. Und die Stabilität ist auch wieder nicht gegeben. Scheibenkleister, schon wieder so ein Splitter zugefügt. Und das Ganze ist hier, ja, Feuerholz kann man sagen. Ja, es war jetzt einfach nur zum Zweck, um euch mal zu zeigen, was da so hinter steckt. Natürlich ist es sehr, sehr verlockt. Um daraus sich Werkstattmöbel zu bauen, weil es sehr, sehr günstig ist. Aber wenn ihr wirklich lange was von eurem Werkstattmöbel haben möchtet und dass die auch tadellos funktionieren und vor allem stabil sind, dann setzt bitte nicht auf USB. Nehmt bitte dazu Multiplex, wie jetzt hier. Ihr müsst natürlich auch nicht die dicken Platten nehmen von 22 oder 19. Nehmt eine Rahmenkonstruktion bauweise, wie ich jetzt hier getan habe, für diese Werkbank, für diese Werkbank, für diese Werkbank. Und ummantelt das Ganze beispielsweise mit Sperrholz. Die Schubkästen setzt da bitte auf hochwertiges Material, wie beispielsweise Multiplex. Und natürlich kannst du OSB auch gerne verwenden. Das möchte ich dir nicht verbieten. Ich kann dir einfach nur meine Erfahrung mitteilen, dass du am Ende doch drauf zahlst und das Ganze vielleicht zweimal baust. Ihr könnt natürlich OSB verwenden für Ruckwände, für irgendwie Trennwände im Haus und so weiter und so fort. Ich sehe eher OSB im Hausbau, im Ausbau, im Industriebereich eher oder im Bodenbereich. Um irgendwie schnell was zuzukriegen, um Material zu sparen. Da sehe ich eher OSB anstatt in der Werkstatt als Werkstattmöbel oder als Schubkästen. Also ich kann da wirklich davon abraten. Zur Info, Plattenzuschnitt 24. Link findest du unten in der Videobeschreibung. Das ist mein Plattenmaterialpartner, der halt Multiplex, in unterschiedlichen Dicken, Sperrholz, Siebdruckplatte, Spanplatte, wie ich euch gerade gezeigt habe, Beschichte in unterschiedlichen Dekoren. Link findest du unten in der Videobeschreibung und auch einen Rabattcode. Damit gibt es nämlich 5% Rabatt auf deine Bestellung. Und natürlich findest du dort auch Acrylglas, Acrylglasröhrchen, Acrylglas satiniert, gelasert. Also du hast wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten, dir dort Sachen zusammenzustellen. Und vor allem schneiden die das nach Millimeter genau. Und es wird bis zu dir auch geliefert. Ganz, ganz tolle Sache, wie ich finde. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Wenn du Bock hast auf Werkstattmöbel, unten in der Videobeschreibung findest du auch nochmal eine Playlist zu meinen einzelnen Videos, wie ich das Ganze hier gebaut habe. Und ist schon ein bisschen her. Lass dich nicht erschrecken, dass ich ein bisschen jünger aus als jetzt. Und wenn du noch nicht abonniert hast, unbedingt abonnieren und gib dem Video einen Handwerker-Daumen nach oben. Ich weiß, ich sag's jedes Mal, aber es ist wirklich verdammt wichtig. Denn damit der nächste Zuschauer, der dieses Video anklickt, sieht, hey, das Video hat mir geholfen, es war, oder ist empfehlenswert. Und ich gebe dem Video einen Daumen nach oben, damit ich mir das ganze Video anschaue. Ansonsten sind noch hier zwei weitere Videos für dich. Vielleicht sind die auch interessant. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.